hallo und herzlich willkommen es gibt schon welche die sind schon ganz lange gespannt darauf die warten schon sehr sehr lange drauf und es werden schon wetten abgeschlossen um was geht es um den blank battle zwischen nicole brunner auf der linken seite und auf der rechten seite andreas riembacher mr t yes es ist soweit 17 dezember 2016 wohlgemerkt 2016 ist ein sonntag am besten direkt vor workout und plattform auf der linken seite oder rechten seite nicole brunner und auf der anderen seite bin ich und es werden wetter angenommen und jetzt kommt es ganz wichtig das ist das schöne an der ganzen geschichte die nicole brunner hat vorgeschlagen die wetteinnahmen gehen zugunsten der arche arche ist eine einrichtung eine soziale einrichtung für kinder ich poste euch unten drunter einen link zum thema arche und jetzt seid ihr dran wir hoffen natürlich ich rede hier und ich spreche hier stellvertretend für die nicole dass ihr zahlreich erscheinen wir brauchen ein bisschen publikum wir brauchen ein bisschen party stimmung also freunde 17 dezember 2016 nicht vergessen battle blank zwischen nicole brunner und andreas riembacher mr t wir zählen auf euch